Musik Zuerst tippt ihr in die Adresszeile eures Browsers www.aula.de ein. Neben zahlreichen Informationen und aktuellen Nachrichten zum Projekt Aula, findet ihr auf der Startseite eure Schule bzw. den Zugang zu eurer jeweiligen Aula-Plattform. Wenn ihr auf euer Schullogo geklickt habt, kommt ihr direkt zur Anmeldeseite. Dort müsst ihr nur noch euren Nutzernamen und euer Passwort eingeben. Schon könnt ihr auf der Aula-Plattform loslegen.